Was sind Bockzähne? Eine Person mit Bockzähnen hat sichtbar überstehende obere Zähne. Die Zähne sind nicht lebensbedrohlich, können jedoch das Aussehen einer Person beeinträchtigen und zu Essstörungen führen. Der Begriff Bockzähne leitet sich aus der zahnärztlichen Ähnlichkeit mit einem Elch ab. Eine Person mit solchen Zähnen kann ihre oder ihre Zähne durch Korrekturmethoden neu ausrichten lassen, die typischerweise kieferorthopädische Zahnspangen umfassen. Das hervorstehende Erscheinungsbild von Bockzähnen ist häufig das Ergebnis einer als extremer oder verstärkter Überstrahl bezeichneten Erkrankung. Ophayet bezieht sich auf ein Übermaß an horizontalem Abstand zwischen den oberen und unteren Zähnen. Die Erkrankung kann genetisch bedingt sein oder durch eine Diskrepanz zwischen der Größe des Kiefers einer Person und den Zähnen verursacht werden. Darüber hinaus kann ein Ophayet durch die Neigung eines Kindes, an seinem Daumen zu lutschen, verschlimmert werden. Wenn die bleibenden Zähne eines Kindes in der Regel etwa im Alter von 8 Jahren eintreten, werden sich Bockenzähne, falls vorhanden, äußern. Während der Zustand ziemlich häufig sein kann, kann eine Person mit Bockzähnen von Gleichaltrigen genickt werden. Theasing ist zwar nicht lebensgefährlicher als die Zähne selbst, kann jedoch zu einem negativen Selbstbild beitragen. Dieser Zustand kann die Situation möglicherweise verschlimmern und auch zu Sprachproblemen führen. Zusätzlich zu psychischen Problemen kann der Zahnzustand einige physiologische Probleme verursachen. Eine Person mit einem ausgeprägten Überbiss kann beispielsweise Probleme haben, sich die Zähne zu putzen, was zu Zahnbelagansammlungen führen kann. Eine Person mit Bockzähnen kann einen Kieferorthopäden konsultieren, der sich auf die Neuausrichtung von Zähnen und Kiefern spezialisiert hat. Eine der gebräuchlichsten Methoden zum Fixieren von Bockzähnen ist die Verwendung von Kieferorthopäde oder Zahnspangen. Eine Person, die mit Zahnspangen ausgestattet ist, hat Verbindungsbänder, Drähte und Klammern an den Zähnen. Die Verwendung von Zahnspangen hilft dabei, die Zähne in die richtige Position im Kiefer zu bringen. Im Verlauf mehrerer Besucher zieht der Kieferorthopäde alle vier Wochen etwa einmal die Zahnspange des Patienten an. Das Festziehen verursacht typischerweise unbehagen, wenn sich die Zähne allmählich verschieben. Wer Bockzähne korrigieren möchte, muss möglicherweise einige Jahre lang Zahnspangen tragen. Die Teenagerjahre sind eine häufige Zeit für Kieferorthopädie. Ein Erwachsener mit Zahnproblemen kann sich jedoch für eine Zahnspange entscheiden. Andere Verfahren zum Korrigieren überstehender Zähne können die Verwendung einer Kopfbedeckung einschließen. Kopfbedeckung ist ein Mechanismus, der um den Kopf einer Person getragen wird, in einigen Fällen nur über Nacht und nicht 24 Stunden am Tag. Vorne befindet sich ein auffälliger Metalldraht. Das Gerät verlangsamt die Entwicklung des Oberkiefers einer Person, während die Vorderzähne nach hinten gezogen werden.